BGS Hallo, hier ist euer BGS Michi. Heute widmen wir uns mal der Kupplung. Und dazu habe ich euch ein sensationelles Produkt aus dem Hause BGS-Technik mitgebracht. Den Kupplungszentrierdorn-Satz. Um euch zu zeigen, wie man mit dem Zentrierdorn arbeitet, haben wir hier mal einen Motor für euch ausgebaut und auf dem Motorständer vom BGS-Technik aufgebaut. Der ist ideal, um einfach zu arbeiten und den Motor frei in der Werkstatt zu bewegen. Um die Kupplungsscheibe exakt zu zentrieren, suchen wir uns aus dem Set den passenden Zentrierdorn heraus. Dafür nehmen wir unseren Zentrierdorn, führen ihn ein und spannen vor. Nun können wir die Kupplungsscheibe problemlos platzieren und den Kupplungsautomat aufsetzen. Wie einfach und schnell das ging, habt ihr gesehen. Ein Muss für eure Werkstatt. BGS 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 BGS